Ist Golfspielen eigentlich teuer? Da, wo Vorurteile enden, beginnt die Realität. Mehr dazu in diesem Video. Ich grüße euch und hoffe, es geht euch gut. Ja, ich bin gerade auf dem Weg zum Golfplatz, aber es hat einen netten Regenschauer gegeben und Golf spielt man nun mal draußen. Also warte ich noch ein klein wenig und dann kann ich ja auch mit einem der vielen Vorurteile, die sich um den Golfsport-Ranken mal aufräumen. Golf spielen galt lange als elitärer Sport. Dieses Vorurteil musste auch Tennis über sich ergehen lassen und seien wir mal ganz ehrlich, dieser Begriff elitär, der ist absolut nicht mehr zeitgemäß, zumindest dann nicht, wenn wir über einen Sport in einem Verein reden. Aber selbst schuld, genauso wie beim Tennis, war es auch beim Golf. die Vergangenheit, die dafür gesorgt hat, dass es diesen Ruf weg hatte. Also, beim Tennis war es früher üblich, dass man einen Bürgen oder gleich mehrere Bürgen brauchte, um Mitglied in einem Club werden zu können. Daran kann ich mich noch erinnern, das hat sich selbstverständlich geändert, als Tennis zu einem Boom-Sport wurde, Steffi Graf, Boris Becker, Michael Stich, da hat sich die ganze Landschaft geändert. Beim Golf ist es tatsächlich so. Also, wer unbedingt etwas, ja, sagen wir mal, die Nase rümpfen möchte, der kann das tun. Es gibt immer noch Golf-Clubs, bei denen man einen Bürgen braucht oder mehrere Bürgen, um Mitglied zu werden. In meinen Augen ist das ganz klar nicht mehr zeitgemäß. In dem Golf-Club, im Fördergolf-Club Glücksburg, in dem ich spiele, ist das nicht der Fall. Jetzt zur Mitgliedschaft selber. Ist die denn so teuer da? Auch da hört man ja die tollsten Zahlen. Und auch da ist es zum Teil zumindest richtig. Es gibt natürlich Golfplätze, Golfanlagen, in denen eine Mitgliedschaft noch richtig viel Geld kostet. Das liegt zum großen Teil auch daran, dass die in Landstrichen zu beheimatet sind, in denen einfach das Land relativ teuer ist. Also, die Mitgliedschaften sind in der Regel nicht deshalb so teuer, um andere davon abzuschrecken, da Mitglied zu werden, sondern weil tatsächlich der Betrieb des Golf-Clubs eine Menge Geld kostet. Das ist sehr viel Land. Ich werde so einen Golfplatz mit euch demnächst mal abfahren, dann seht ihr das mal. Und das alles muss bewirtschaftet werden. Also, wir haben bei uns im Club mehrere Festangestellte. Das ist das sogenannte Greenkeeper-Team und das kostet alles Geld. Und bei uns, schaut mal hier die Einblendung. Eine Jahresmitgliedschaft kostet 1075 Euro. Ihr seht hier übrigens auch, für Kinder und Jugendliche ist es deutlich günstiger. 1075 Euro, gebe ich zu, das hört sich schon mal nach einer Menge Geld an. Aber rechnet das doch einfach mal hoch. Nehmen wir mal an, ihr spielt zweimal die Woche Golf. Eine Golfrunde dauert ungefähr vier Stunden. Seien wir fair, man kann vielleicht im Jahr sechs Monate spielen. Im Winter ist durchaus Betrieb und man kann dann auch auf sogenannte Wintergrüns Golf spielen. Aber wer sagt, ich möchte eigentlich Golf nur im Sommer spielen? Sechs Monate, zweimal die Woche, vier Stunden. Dann sind wir irgendwo bei 5,50 Euro für die Stunde Golf. Und dann ist es doch wesentlich günstiger, als wenn ich mir ein Badminton-Court, ein Tennis-Court miete oder gar ins Kino gehe mit der ganzen Familie. Das ist mittlerweile richtig teuer gewesen. Also, klar, wenn ihr irgendwo in einem Golfclub Mitglied werdet und ihr wollt nur einen schönen Aufkleber auf dem Auto haben, spielt aber nie Golf, dann sind 1.075 Euro im Jahr viel. Wenn ihr aber viel Golf spielt, dann ist es wenig. Das schwankt natürlich. Je nachdem, wenn ihr jetzt in Großstädten seid und dann einen Golfclub nehmt, der sehr zentral liegt, dann können die Mitgliedsbeiträge auch mal höher sein. Keine Frage. Aber jetzt ganz wichtig. Ihr müsst nicht sofort Mitglied in einem Golfclub werden. Wenn ihr einfach nur mal ausprobieren wollt, dann gibt es zum Beispiel Schnuppermitgliedschaften für sehr wenig Geld. Ihr könnt im Urlaub so Urlaubskurse buchen. Auch das geht. Es gibt öffentliche Driving Ranges. Was eine Driving Range ist, habe ich euch schon erklärt. Also, da könnt ihr einfach mal draufhauen. Ihr verletzt niemanden. Auch da könnt ihr hingehen. Müsst ihr nicht Mitglied werden. Es gibt also zahlreiche Möglichkeiten, es erst mal auszuprobieren, bevor man dann irgendwo Mitglied wird. So, das war das Thema Mitgliedschaft. Ihr seht, so Golf ist Gold eigentlich nicht. Ja, da weiß man mal, was mich so umtreibt. Golf und Gold. Gut, da lassen wir mal andere die Schlüsse draus ziehen. Mir ging es heute um die Mitgliedschaft im Golfclub. Besonders für Kinder ist das nicht teurer als in anderen Vereinen. Finde ich auch ganz wichtig. Denn Golf ist absolut auch ein Sport für Jugendliche und Kinder. Und ja, probiert es doch einfach mal aus. Geht auf eine öffentliche Range. Leit euch da ein paar Schläger und haut die Bälle in den Himmel. Ist günstiger als ins Kino gehen. Macht eventuell sogar mehr Spaß. Und wenn dann das Interesse wächst, könnt ihr immer noch sehen, in eurer Region, was sind da für Clubs. Die stehen mittlerweile auch alle in Konkurrenz zueinander. Gibt häufiger mal auch Aktionen, wo man vielleicht ein bisschen günstiger reinkommt. Also, das ist kein Hinderungsgrund. Was sonst noch der Golfsport kostet, also Schläger und so weiter, das werde ich euch im nächsten Video sagen. Wenn ihr Fragen dazu habt, dann lasst es mich wissen. Stellt die bitte in der Kommentarfunktion. Ansonsten, ich fahre jetzt zum Golf. Sehen wir uns also wieder. Ihr mich auf jeden Fall. Macht's gut. Bis dann. Du willst wissen, was hinter der Faszination Golfspielen steckt? Sonnenschein, frische Luft und eine Runde Golf mit guten Träumen. Was will man mehr? Wenn du wissen möchtest, warum ich diesen Sport so interessant finde, dann komm mit mir auf den Golfplatz. Abonniere jetzt meinen Kanal. Beide geht's Mexvens weiter. stewart Golf Druck Drucks 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 Vielen Dank.